Hallo Leute und Willkommen zurück auf BluePXD. Heute möchte ich euch mal etwas vorstellen und zwar ein Review von dem Redstone Freizeitpark von Digital Minecraft. Ich werde ihn auch unten verlinken, weil es ist einfach so mega cool, was er da gebaut hat und vor allen Dingen auch mega aufwendig. Und ich weiß gar nicht, ob wir das heute in einem Part schaffen, alles zu zeigen. Und deshalb will ich jetzt auch nicht so lange rumreden und deshalb gehen wir jetzt mal einfach rein. So, zuerst mal Game Mode 0, weil wir spielen das heute mal in Survival, weil dann können wir es auch genießen. Und guckt einfach mal, wie groß es ist. Es ist so abartig groß, einfach gucken wir mal kurz FPS, 30, das passt. So, dann gehen wir mal gucken, schreiben ja. Redstone Freizeitpark, Snapchat 1.11.4, Bausteinung 42% fertig. Sorry, wenn ich manchmal ein paar Versprecher habe, aber ja. Dann ist hier noch alles und hier ist sein YouTube-Kanal. Also schaut gerne mal bei ihm vorbei, er macht echt gute Videos und mal unter uns. Er ist mir auch ein Vorbild, so ein kleines bisschen. Ja, aber zuerst gucken wir uns mal an. Zoom-Aussicht-Zurm, klingt doch schon gut. Gehen wir mal hin. Ich habe seine Videos auch alle geguckt, also wie er das gebaut hat und so. Und ich finde es deshalb auch mega cool, zum Beispiel dieses System hier ist eine Schiene, wo oben jeweils so eine Ampel ist. Und wenn jetzt einer hochfahren will und einer runterfahren will, also wenn hier oben Minecraft steht, hat man ja eben auch gesehen, das ist runtergefahren. Wartet es eine kurz, also es ist ein bisschen komplizierter. Also wenn euch sowas interessiert, wie ihr das hier baut, schaut einfach mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Also einfach vorbeischauen bei ihm. Das hilft ihm, glaube ich, auch ein bisschen. So, dann können wir hier mal den ganzen Park sehen, wie groß das ist, schon jetzt. Und er ist ja noch nicht fertig. Und ja, deshalb würde ich jetzt sagen, fangen wir gleich an. Hier ist auch die erste Attraktion ein bisschen. Und es ist einfach schön hier. Willkommen auf dem Ausicht-Zurm. Da wir klassische Minecraft-Spieler sind, lesen wir hier keine Schilder. Ja. Und deshalb fahren wir jetzt einfach weiter. Ach, ne. Lesen ist wichtig. Also, immer schön Schilder lesen. So, jetzt können wir hier aussteigen. Da ich weiß, dass hier eine Kiste mit Emeralds steht, muss ich mir jetzt keine cheaten. Deshalb legen wir die mal hier hin. Das hier ist auch cool. Wenn ich hier jetzt ein Item reinlege, irgendeins, dann geht er oben jetzt auf und jetzt kommt hier so Wasser runter, so springgrundmäßig. Und das ist ja auch schon, also das sind so Details, wo er mag. Und deshalb, ja, finde ich ihn auch so cool, weil er einfach so viel und umfangreich baut. Zum Beispiel allein schon das da oben hinzuschreiben. Ach Gott, das ist bestimmt mega aufwendig. Und, ja, also ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal rein. Oder das hier, ist alles so cool. Jetzt werfen wir mal eins Maragd rein. Jetzt können wir hier wählen. Nehmen wir uns das Tagesangebot. Gehen hier rein und holen uns die Tickets. So, dann, äh, gehen wir, schwupp, gehen wir raus und, äh, Eintrittskarte können wir hier rein. Und jetzt können wir hier so rein. Dann können wir auch hier wieder raus. Aber was auch cool ist, und zwar, ihr könnt hier auch mit Emerald bezahlen. Mit einem Emerald. Dann kommt ihr direkt rein. So, was haben wir denn hier alles? Ein Ticket, eine Essenskarte und vier Bahnkarten. Also, zwei Essenskarte und Bahnkarten. Dann gehen wir mal direkt mal ins Hotel. Äh, und mieten uns ein Zimmer an. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, so, Reaktion. Da. Zwei Smaragda. Eins, zwei, drei. Dann gucken wir mal. Smaragda erkannt. Smaragda erkannt. Smaragda erkannt. Schlüssel ausgeben. So. Wir haben Zimmer 23. Dann gehen wir jetzt auch mal gleich hin. Und holen uns mal. Ja, ich kenne es halt von seinen Videos. Aber in der Welt hier war ich, bin ich jetzt zum ersten Mal auf. 23er? Ja. Smaragda 23. Hier rein. Hier auf. Schlüssel wieder. Ja. Dann haben wir hier Müll, eine Ender Chest. Ähm. Alles mögliche, was man in Hotelzimmer hat. Und das coolste hier ist, wir können uns hier gratis Melonen holen. Können wir uns jetzt hier nur hinstellen. Dann kriegen wir ja 5 Melonen. Und die können wir mitnehmen. Die nehmen wir auch mit. Weil wir ja in Survival spielen. Ist Essen vielleicht nicht so falsch. Ähm. Zum Beispiel, wir spielen doch in. Wie ist es mal? Oh, dann gehen wir mal auf Easy. Dann kriegen wir auch Hunger. Aber er hat einfach so viel Liebe zum Detail hier reingesteckt. Sogar die Dusche funktioniert. Kann man hier ein bisschen ersaufen. Aber ich finde es einfach so mega cool, wie er das hier gebaut hat. Aber jetzt gehen wir mal in den Fratza-Park rein. Später zeige ich euch auch noch so ein bisschen die Sachen in Game Mode 3 oder Game Mode 1 und so. Schlüsselregabe machen wir später, wenn wir auschecken. Und jetzt können wir hier direkt raus. Und dann sind wir hier direkt. Schon können wir hinten zum Bahnhof gehen. Ja. Tierpark, Bahnstation, Tierpark. Es ist einfach so mega groß alles. Haupteingang, Park, Center. Ja, es ist einfach mega cool. Zum Beispiel sowas hier. Wenn man im Park drin ist, dann muss man ja auch Tickets nachholen können. Dann kann man das hier machen. Das ist einfach so mega cool. Dann könnt ihr hier jetzt Tickets bezahlen. Und das ist... Das hat ja sich so viel Mühe mitgegeben. Es steckt bestimmt so viel Bauzeit drin. Hier oben kann man das sogar nachgucken. Statistiken. Ja, wir sind jetzt hier erst sechs Minuten drin. Aber ich glaube, er ist da schon ein bisschen länger drin. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wo fangen wir am besten an? Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal da hinten zu seinem Donkey Kong Game. Ich hätte mir so eine Liste machen. Die dann abarbeiten. Dann gehen wir hier mal rein. Und setzen ein Ticket. So. Rein. So. Müsste es hier aufgehen. Zehn Sekunden. Warten wir. Wenn diese Tür zugeht, geht diese auf. Und schwupp. Und jetzt geht diese hier auf. Und hier ist zu. Jetzt kann man keine Tickets mehr bezahlen. Jetzt kann man hier loslegen mit dem Jump'n'Run. Wir probieren es jetzt einfach mal. Auch wenn ich unglaublich viele wenig FPS habe. Und es ruckelt ohne Ende. Weil ich einfach einen PC habe. Ach nee. Komm. Lassen wir es lieber. Sonst dauert die Folge so unglaublich lang. Hat er hier auch so gebaut. Dass man hier nicht raus kann. Und hier rein kann. Und sich reincheaten. Aber es ist einfach cool geworden. So ein Donkey Kong Game. Das Ziel ist eigentlich. Dass man da. Den Minecarts. Die da kommen. Ausweicht. Drüber hüpft. Und dann da oben. Tickets bekommt. Ja. Wir können jetzt hier mal ganz kurz. Ein bisschen was mampfen. Immer essen. Immer überall essen. Dann können wir mal noch weiter gehen. Kann ich sprinten? Ja. Kann ich. So hüpft hüpft hüpft. Gehen wir mal hier rein. The Woods. So dann gehen wir mal hier. Essenskarte. Werfen hier mal eine Essenskarte rein. Und holen uns noch was zu mampfen. Oh okay. Das war mal mehr. Dann holen wir uns noch mal was. Dann Videos war das ein bisschen mehr. So warte. Was steht hier? Freefall Bounce Tower. Ah. Das war das. Was ihm so gefallen hat. An dem Namen. Können wir hier mal kurz rein. Schwupp schwupp. 15 Minuten Wartezeit war da eben. Weil es ist auch schon schön wie das gebaut hat. Hat sich schon mega viel Mühe gegeben hiermit. Das sieht man auch. Schon alleine wie groß das ist. Ich glaube es geht über neun. Sechs oder neun Chunks. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Oh. Ausgeworfen. Und jetzt setzen wir uns hier mal rein. Was wird los? Bitte während der Fahrt nicht steuern. Okay. Ja. Das ist sein Lieblingssatz im ganzen Freizeitpark. Bitte während der Fahrt nicht steuern. Ja. Okay. Dann tun wir das einfach mal. Und fahren. Das kleine Fahrgeschäft. Fertig. Los. Yay. Und. Boom. So. Gleich geht da unten auch. Noch einmal. Und jetzt gleich geht da unten. Das weg uns kommt Wasser. Und jetzt können wir hier rausfahren. Juhu. Und äh ja. Bitte nicht steuern. Jetzt machen wir hier kurz Halt. Können aussteigen. Und das Boot bleibt stehen. Und das ist das coole was man an ihm auch sagen muss. Er ist ressourcensparend. Also wenn man den Freizeitpark in Gamehood 0 spielt. So wie ich. Und ihn auf den Server packt und alles. Was er ja auch so sagt. Weil die Technik sich immer abschaltet. Das Boot steht immer noch. Wenn wir uns da vorne jetzt in den Fahrstuhl reinsetzen. Dann wird dieses Boot resettet. Also es wird vernichtet. Und ähm. Wird zurückgebracht zum Start. Wo kommt man hier raus? Äh. Hier. Wird er aussteigen. Können wir hier raus. Aber man kann sich halt wieder reincheaten. Oder? Nein. Ha. Ich dachte das ging mal. Ich dachte das ging mal. Ja. Okay. Dann sind wir jetzt hier. Wo sind wir denn hier? Ho. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Ah. Ist doch gut. Sind wir da. Äh. Dann fahren wir jetzt mal. Die Wooden Coaster. Und so langsam gehen uns die Tickets aus. Da können wir gleich neue kaufen. Dann gehen wir zum Glücksspiel. Okay. Mal hier rein. Wartezeit ab hier. Sechs Minuten. Sind hier auch schon Minecarts. Und jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen. So. Das war glaube ich ein bisschen. Ein bisschen langweilig jetzt. Aber. Ich sag. Ich find seinen Pack einfach so cool. Und deshalb finde ich. Er hat's verdient. Dir einfach mal vorgestellt zu werden. Weil ich sag. Es gibt nicht so viele Leute. Die YouTube wirklich aktiv machen. Und ähm. Also doch. Es gibt viele die es aktiv machen. Bloß ich sag jetzt. Ich will jetzt nicht sagen. Dass ich gut bin. Ich will. nur sagen. Es gibt halt nicht einfach nicht viele Leute. Die es versuchen Mühe zu geben. Die es versuchen Mühe zu geben. Dass die Leute auch. Dass es die Leute auch interessiert. Was sie machen. So. Dann wird hier wieder alles vernichtet. Und es wird wieder wiederverwendet. Wieder wiederverwendet. Ja. Eins art gedeutscht. Kommen wir hier raus. Und. Ja. Kommen wir mal zum Glücksspiel. Werfen wir mal ein Ticket rein. und drücken mal die zwei. Gucken wir mal was rauskommt. Ob vielleicht was rauskommt. Ja. Wir haben gewonnen. Wir haben drei Tickets. Zwei Gewinn gemacht. Probieren wir es noch mal. Nochmal die zwei. Das ist unsere Glückszahl heute. Glaube ich. Und. Na. Nein. Verloren. Schade. Egal. Wir haben immer noch ein Ticket Gewinn gemacht. Und ich würde jetzt sagen. Bevor wir irgendwo anders dahin gehen. Oder nee. Komm. Wir gehen noch ein paar Geschäfte. Nein. Sorry. Das tut mir jetzt leid. Es ist ein Anruffail mitten in der Aufnahme. Das tut mir jetzt echt mega leid. Aber. Äh. Irgendwie ist dieser Freizeitpark verflucht. Bei. Visual Minecraft. Also. Der. Typ da. Der hier alles gebaut hat. Wie er sich selbst gerne bezeichnet. Äh. Der hat denn das hier alles gebaut. So. Äh. So. Irgend so ein Typ da. Wie er immer so gerne macht. Äh. Der hat in dieser. In diesem Park. In dieser Map. Wo er gebaut hat. Ich glaube schon ein paar hunderttausend Aufnahme fails. Weil jemand angerufen hat. Und äh. Deshalb. Ja. Da. Ist das wohl vorprogrammiert. Dann. Fahren wir mal. Die Splash. Waterslide. Fahren wir nicht. Das ist einfach nur eine Wasserrutsche. Also. Das ist ein bisschen langweilig. Was. Fahren wir mal. Den Autos. Gehen wir mal runter. Ja. Und jetzt könnten wir halt. Wenn noch ein paar anderen Spieler da wären. Könnten wir halt hier so ein bisschen rumfahren. Und es ist. Oh Mann. Das war. Der 1 Punkt auch besser. Wo man die Boote steuern konnte. Wo man hingeguckt hat. Oder einfach. Ist das nicht. Nein. Nein. Komm nicht. Kann ich hin. Gehen wir raus. Wofür wir uns das mal ganz blamieren. Äh. Und das coole ist. Jetzt kann man hier auf den Knopf drücken. Das macht es auch automatisch. Sobald man dieses Gebiet verlässt. Durch die Treppe. Jetzt räumt es die Boote weg. Die werden hier vernichtet. In den. Also nicht vernichtet. Sondern zerstört. Und dann wieder. Da hoch gebracht. Und da gleich. Wenn das Wasser ausgeht. Wieder was essen. Äh. Kommen da oben auch neue Boote raus. Gleich. Genau. Und setzen sich da hin. Und jetzt ist sie wieder resettet. Jetzt können. Neue Spieler fahren. Jetzt können wir hier über den Ausgang raus. Hier ist auch die Trip Riot. Das müsste jetzt dasselbe nochmal auslösen. Wir können ja kurz runter gehen. Wir haben ja Zeit. Oder? Okay. Also ja. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn wir noch nicht da runter gucken. Ja okay. Dann äh. Ausgang. Ja klar. Äh. Ausgang. Okay. So. Jetzt sind wir wieder raus. Äh. Das fahren wir ja nicht. Haben wir ja gesagt. Äh. Was ist kein Durchgang. Müll. Äh. Weg damit. Äh. Labyrinth. Oh Gott. Moment. Kann man hier. Ja. Man kann. Nicht böse sein. Aber wir cheaten ein bisschen. Ich glaub das wäre sowieso last gewesen. So. Gehen wir mal wieder ganz kurz rein. Das sind alle die am Park mitgewirkt haben. Einmal halt. Kenn ich nicht. Ja. Äh. Boden Coaster. Wer was gebaut hat. Und das sind halt auch noch Namen und alles. Und das ist. Halt einfach. Das sind die Leute die mitgebaut haben. Wo er nach wie von ihnen veröffentlicht hat. Und äh. Ja. Gehen wir mal einfach noch weiter. Ähm. Und jetzt gehen wir mal auch in die Mitte. Und äh. Holen uns noch ein paar Tickets. Weil sonst kommen wir heute nicht durch den Tag. So wie ich die Sache sehe. Tickets. Tickets schon. Auf auf. So. Wir möchten Schalter für Tickets. Schalter für Essenskarten. Ach komm. Wir sind verfrassen. Äh. Zwei Emeralds hier rein. Und jetzt müssten wir. 14 Karten bekommen. Ne. Nur. Nur 8. Ah. Lesen. Müll gelernt sein. Okay. Gut. Dann gehen wir hier immer noch weiter. Äh. Und holen uns auch noch ein paar Tickets. Ah genau. 7. Jetzt müssen wir 14 Tickets bekommen. Ja gut. Äh komm. Wir möchten ihnen ja noch ein bisschen. Ein paar Emeralds spenden. So gut. Äh. Bahnkarten. Ja komm. Holen wir uns auch noch ein paar. Auch wenn wir noch nicht mit der Bahn gefahren sind. Holen wir uns einfach noch ein paar. Einfach weil wir es können. Und weil wir so gut sind. Wir haben ein Stack Emeralds dabei. Äh. So. Dann gehen wir wieder hoch. So. Dann gehen wir als nächstes. Wir waren jetzt in dem Bereich. Oh Gott. Ich hab's vergessen wie der Bereich hieß. Schande über mich. Parkbereich The Woods. Ja okay. Dann gehen wir jetzt mal in die Wüste. Oder wo. Ja komm. Äh. Wilder Westen. Baustab. 25% fertig. Dann gucken wir mal. Ob das stimmt. Was er da schreibt. Dann äh. Ich hier. Ich weiß das hier eine Attraktion ist. Deshalb gehen wir hier hin. Wartezeit ab hier. Wartezeit ab hier. Oh. Ganz schön lang hier. Oh Gott. Hier anzustehen. Die Qual. Ah genau. Jetzt kommen wir dahin. Wo ihr mich jetzt alle gleich. In wenigen Sekunden auslachen dürft. Und zwar nämlich. Nämlich. Hier. Muss man das Boot steuern. Durch ein. Also ein Race fahren sozusagen. Wo es das Problem ist. Wie ihr vorhin schon gesehen habt. Ich kann kein Boot fahren. Ja. Und deshalb versuchen wir jetzt einfach mal. Das Beste hier rauszuholen. Und das ist gar nicht so leicht wie. Es bei ihm im Video ausgesehen hat. Hopp rein da. Rein. Ja. Los. Aber das müssen wir jetzt fertig fahren. Weil wir sonst hier nicht. Glaube ich nicht rauskommen. Das wäre auch noch eine schöne schnuckelicke Idee. Wenn er hier. Notausgang einbauen würde. Oh. Bitte. Nein. Hopp. Komm jetzt. Komm. Los. 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 Ich würde jetzt sagen. Dass wir den Part jetzt hier einfach mal beenden. Weil es war mir von vornherein schon klar. Dass wir es heute nicht schaffen hier. Äh. Okay. Moment. Bevor wir jetzt hier beenden. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe doch hier ausgelöst. Ah ja. Jetzt geht es auf. Auch wahrscheinlich ein Bug. Ich glaube so langsam echt. Das hängt an mir. Aber ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Wo ich hoffentlich hiermit fertig bin. Und äh. Ja. Dann. Ciao.